Doch, Kenners. Einige Leute haben sich ja Legion gewünscht, also werde ich jetzt meinen ultramüden Arsch hier mal in exquisiten Streetwear-Style schnüren, würde ich sagen. Let's go. Wir haben ein gutes Outfit für die Map, Alter. Wir sind ein bisschen Camouflage, würde ich sagen. Sie werden uns für das Gebüsch halten. Wartet's nur ab. Und dann schnelle ich hervor mit allem, was spitz ist. Das könnt ihr jetzt beliebig interpretieren. Wo sind sie denn, Alter? Arbeitet keiner? Oh, doch. Da wird gearbeitet. David! Geduld haben ist manchmal das Stichwort. Oh, ich seh die alle. Oh, rip my ruin. Das sucked. Alles in Ordnung. Danke sehr. Oh, wir haben sie hier alle. Oh, guck mal, das ist ein... Das ist ein Fest. Das ist schon ne Wand, Jane. Das ist ne Wand. Ich glaub, das wird ne Wand sein. Hell yeah, Fang. Du machst richtig gut mit. Oh, können wir die ein zweites Mal treffen? Oh, warte mal. Ah, das war der Falsche. Dammit. Aber gut, jetzt haben wir massiven Schaden errichtet. Davon müssen sie sich erst mal erholen. Sanatophobia kickt grad rein. Für jeden verletzten Survivor. Krieg ich hier, ähm, äh, kriegen die einen Geschwindigkeits... ...Äh, Debuff sozusagen. Okay, da die eh alle irgendwie in der Nähe sind, hab ich so das Gefühl, ich die mal jagen. Ja, sehr gut. Fatsch, der da hat, ey. Wo ich grad von Geduld spreche. Das war ein Clusterfuck, es tut mir leid. Wir waren beide, äh, ganz schön miserabel in dem, was wir gerade versucht haben. Aber am Ende liest du doch auf den Boden, Megan. Also, weiß ich. Hat gefunzt, ne? Wie machen wir das jetzt? Warten wir, bis sich jemand zu uns gesellt? Natürlich nicht so offensiv. Nicht, dass sich irgendwer beschweren könnte. Ne, wir sehen Scratch Marks, aber wir brauchen gar keine Rechtfertigung. Ha! Grüß Gott, Le. Oh, ich hab das Gefühl, dass wir knappen. Okay, what? Ja, tust, tust, tust. Ja, sehr gut. Geduld. So, jetzt sind wir wieder voll aufgeladen. Äh, hi. Okay, thank you. Das war's für dich. Ich weiß nicht, was dein Plan war. Dachtest du jetzt, ich mach die Fliege? Lauf zehn Kilometer weit weg? No, no, no. Komm her. Denk mir über deine Fehler nach. Okay, wo ist jetzt die Meg? Sie hat nicht das gute Fenster. Aber der Bus ist trotzdem ziemlich stark. Für Survivor, die wissen, was sie tun. Oh, Megan. Rennt doch nicht weg. Warte mal, können wir da mit näher rankommen? Vielleicht die Palette blocken? Ne, können wir nicht mehr, wegen Dead Hard. Fudge. Warte mal, sie steckt hier fest. Sie hat das Fenster nicht. Wir müssen nur die richtige Seite erwischen. Oh Gott, was passiert? Oh Gott, so viel Input. Ich hab keinen Plan, wo sie ist. Da ist sie. What? Wie ist sie denn da hingekommen? Oh, warte, ich hör was. David! Warte. Jane! Ja, die lässt sich nicht grabben. Sie ist smart. Oh, what the fuck? I'm sorry. Der Dead Hard, Alter. Just in time. Holy shit. Ich kann nichts dafür. Ich wollte die Jade treffen. Ich schwöre. Weißt du, willst du einmal ein netter Killer sein? Nee, nee. Netter Killer, nee, nee. Okay, der David hat's raus. Aua. Das war meine Unterlippe. Warte mal, der hebt sie auf, hätten. Ja. Fuck. Jetzt hab ich meinen Pressure Point verloren. Ach, kommt schon. Rehebeats mit anfassen hier. Ich muss die Paletten zerbrechen. Die sind too strong. Ich krieg den down. Komm, ich krieg den down. Fuck. Der David ist, äh, nicht schlecht. Ist auf jeden Fall nicht dumm. Sagen wir es mal so. Kann ich die Palette blocken? Ich komm nicht mal an dem vorbei. Fuck. Das ist nämlich... Ja, ja. I know, I know, I know. Ich kill dich trotzdem, Alter. Nachher. Warte mal. Ich muss den lassen. Ich muss den lassen. Ich hasse zwar sowas zu tun, aber, äh, der verschwendet meine Zeit. Da, das, das wäre nicht gut, äh, einfach... Diesen Chase weiter zu verfolgen, weil... Wenn es geschehen ist, sind alle Generatoren dann. Oh, ich liebe den Mindgame. Hi. Entweder du kriegst die Palette down, oder du kriegst einen Hit. Nice, dead heart. Kranker Burg. Ein Alpha dead heart, Leute. Sie ist die Rudelführerin. Wir wissen es jetzt. Das muttert hier. Haben schon zwei Generatoren geschafft, fällt mir gerade auf. Der hier ist ziemlich close. Ja, der ist... War schon sehr, sehr weit. Irgendwie zwei Drittel, oder so. Der hier ist regressed. Wir sind wahrscheinlich alle da hinten. Hör ich wen? Manchmal kann ich das Atmen von den Killern echt nicht... Manchmal denke ich, das sind Survivor. Aber es sind einfach die Killer, die hier rum... ...schneuzeln. Das irritiert mich mega. Oh. Das Grunzen ist definitiv nicht von Björn. Grüß dich. Ich wusste, dass du Dead Art hast. Ich sollte mich von vornherein drauf einstellen. Manchmal hat man... Manchmal verliert man dann Momentum, wenn man wartet. Und dann schaffen sie es vielleicht dann doch noch zur Palette. Okay, wo ist jetzt der David King hin? Die sind wieder bestimmt da hinten am Generator. Was nicht so geil ist. Aber wenn ich hier zwei Downs kriege, dann ist es schon mal nice. Ich hör's nicht mehr grunzen. David, komm, grunz für mich, Baby. Oh. Oh, ich hör's. Oh, ich seh's. Ah, meine Augen und Ohren vernehmen Dinge. Schlimme Dinge. Grunzende Dinge. Ich zone ihn mal hier lang. Er hat ja weniger Optionen. Bis auf das Jungle Gym da rechts. Aber ignorieren wir das mal. Das ist kein Jungle Gym, aber ihr wisst, was ich meine. Four Walls. Aber hier hat er einen Jungle Gym. Oh, das ist gut. Die machen hier gerade Gents. Danke fürs Hinführen. Ist hier noch irgendwer? Irgendwie nicht. Wir sind schon über alle Berge. Oh, hier war die Jane. Alles klar. Fucking Egg. Ich dachte, da wäre eine Palette. Deswegen habe ich drum herum geschwungen. Ich habe vergessen, dass ich die zum Anfang schon zerbrochen hatte. Das war mein Fehler. Ich mache jetzt erst den Jane hier platt, damit er schon mal regressed. Oh, die Jane hat es nicht mehr geschafft. Ich dachte, Mist, jetzt hakt er die Mac ab. Oh, das war zu spät. Rip. Was gut ist für mich. Ein Survivor down. Jetzt haben wir eine ganz andere Ausgangslage hier. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Das können wir jetzt gut gewinnen. Die drei Generatoren, die sind hier ziemlich close. Die sind zwar schon eine Weile dran gearbeitet, aber wenn wir die verteidigen können. In diesem Areal. Der da hinten ist, glaube ich, noch nicht gemacht. Sagte er. Und ist gleich fertig. Oh, wunderbar. Sehr geil. Warte, ich höre was. Ich sehe auch was. Oh ja, rennt alle auf eine Position. Das ist immer gut. No. No, 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 no. Nein, 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 nein. Das kannst du vergessen. Das kannst du aber voll vergessen, Mann. Ich weiß nicht, was gerade dein Plan war, aber... Oh. Lol. Ja, Moment, wenn David King sich zu einer Fang transformiert. In Ordnung. Mal kurz 30 Kilo Muskelmasse verloren. Da kommt sowas bei raus. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, aber irgendwie sind die beide durch die Dimensionen gereist. Spontane Geschlechtsumwandlung. Ganz klassisches Thema hier. Oh, das war aber so knapp, mein Freund. Ist schon ein bisschen Arschwasser verspürt. Der ist smart. Yeah. Ein Alpha-Palettenwurf. Ne, weißt du was? Hier hängt ein Haken direkt am Shack. Der hänge ich jetzt an. Da verliert ich gar nicht so viel Zeit, wie ihr vielleicht denkt. So, und jetzt seid ihr nur noch zu zweit. Und jetzt habt ihr das Videogame verloren. Okay, das war's für euch. Die Jane wird nicht weit sein. Das könnte ein Fehler gewesen sein, aber... Vielleicht ist es auch wichtig, den Jane zu regressen. So. Warten wir mal jetzt. Wie spielen wir das jetzt aus, ne? Jane? Kleines Duell. Oh, ich sehe sie. Und sie ist auch noch verletzt. Ja, das war's. Komm, Dead Art. Gib es mir. Yeah. Hast rein. Und wir wissen, wo Hedge ist. Dort bei einem Generator, den Fang gerade gemacht hat. Und weil sie ihn gemacht hat, ist das Ding auch gespawnt. Das sind, äh... Richtig gute Informations, sag ich mal. Hab der Regress schon? Stimmt. Ich muss echt lernen, mir Dinge zu merken, ey. Das ist manchmal so essentiell. Oh! Ich habe gedacht... Ich habe erst den David King aufgehangen, weil ich dachte, der hat Unbreakable. Ich hatte da so ein Gefühl. Aber du, du Wiesel, du. Warte mal, ich weiß, wo Hedge ist. Ich mach das mal so. Ich geh mal auf Nummer sicher. Ah, Adrenalin. Dass mich das mal nicht den, 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 Vorkill hier kostet. Ah! Okay, warte mal. Wie sieht es aus mit den Türen? Die ist hier irgendwo in der Nähe. Warte mal, das da um die Ecke, das andere Tor. Die sind relativ close beieinander. Also zumindest so, dass ich beide okay in der Übersicht hab. Ich glaube, das sollte, das sollte machbar sein. Gib mir nur ein bisschen Zeit. Wetten, die ist hier an dem Tor zu meinem Rücken? Da war sie gerade in der Nähe. Ich wüsste nicht, wie sie da hingekommen sein soll. Es sei denn, sie hat einen mega großen Bogen gezogen. Was ich bezweifle. Ich weiß nicht, ob sie auf dem Schirm hat, dass da ein Tor war. Oh, jetzt war ich sie hier. Scratch, Max. Jetzt bist du tot. Früher oder später. Da ist sie. Da tanzt sie um die Reifen. Huia, Chaka, huia. Wehe, es regnet. Das ist deine Schuld. Ho, 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 ho. Das war aber knapp. Ah, ich wollte die Palette blocken. Das war eigentlich meine. Hat nicht geklappt. Ich bin einfach zu dünn. Sie hat mich umgewalzt. Sie wollte mich 3-6 sehen, aber ich meine, wie kann man den Arsch verfehlen? Naja, das ist keine sichere Palette. Jetzt bist du tot. Jetzt bist du tot. Du hast kein Dead-Up mehr wegen Adrenalin. So, komm her. Komm her. Das war eine erquickende Runde. Muss ich ja mal sagen. Das hat zum Anfang aber auch gut geklappt. Äh, wir haben alle erwischt mit unserer Fäh- Sorry. Falscher Button. Mit unserer Fähigkeit. Äh, und... Ja, Sanatophobia hat uns, äh, eine richtig, richtig gute Zeit beschert, sag ich mal. Huch. Außerdem, äh, unser Add-On, das die länger brauchen, um zu genesen. War ganz gut. So waren die länger mit ihrem Timer beschäftigt. Das war ein schönes Game von, von, von allen Seiten. Ja, GG well played. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das hat mir Spaß gemacht. Legion kann halt auch sehr frustrierend sein, wenn du es einfach nicht hinkriegst. Warte, Säf. Oh nein. Wo? Ich sehe keinen Säf. Uha! In die Bananen ist außer sich. Viel Erfolg dir und bleib noch gesund. Hell yeah. Was für ein netter Motherfucker, Alter. Alles klar, liebe Leute. Das war eine schöne Runde. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und, äh, bleibt ihr auch gesund. Und sauber. Ciao. Hallja!